Hallo und herzlich willkommen meine lieben Fische zu einer neuen Wochenlegung für euch in der Liebe. Wir schauen uns die Woche von 21. Juni bis 27. Juni an. Das ist eine sehr besondere Woche, weil wir haben zwei Portaltage an zwei ganz wichtigen Tagen im Jahr. Wir haben einmal am Montag, den 21. Sommer-Nachtgleiche, also Tag und Nacht ist hier quasi gleich lang. Und an diesem Tag haben wir auch Portaltag. Also ich bin gespannt, wie es euch geht. Das ist sehr, sehr gewaltig, ja, energetisch. Und am Donnerstag haben wir gleich nochmal Portaltag und Vollmond. Ja, also der Vollmond, das wisst ihr von meinen Vollmond-Orakeln, hat hier immer auch ein Ende, ein Ende von einem Zyklus mit dabei. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie eure Wochen werden, also wie eure nächste Woche wird, weil das ist sehr gewaltig, was hier nächste Woche auf uns zukommt, energetisch. Und wir schauen jetzt gleich mal, liebe Fischer, was hier, mit was ihr es hier zu tun bekommt, ja, in der Liebe in der kommenden Woche von 21. bis 27. Juni. Vergesst auch nicht, schaut die Ascendentlegungen auch und ich habe für euch auch schon die Halbjahreslegung hochgeladen. Also auch hier könnt ihr nochmal gucken, wie das nächste halbe Jahr auf euch, ja, was hier euch erwarten wird. Rückschritte. Witzig, ich hatte diese beiden Karten bei der Waage gerade auch schon. In einer anderen Kombination, aber ich nehme hier Rückschritte wahr, ja, von 12 zu 11. Okay, was haben wir hier noch in der Liebe für die lieben Fischegeborenen in der kommenden Woche? Okay, drei Karten noch. Auf dem Unterdeck haben wir den Kobold. Und der spricht gern von Ängsten, Sorgen, Zweifeln, ja, irgendwas, was uns Angst bereitet, was in der Dunkelheit noch lauert. Dass wir genau wissen, dass es da noch lauert. Wir haben hier den Vollmond, wir haben hier den Vollmond, ja, also der Vollmond wird für dich lieber Fisch wichtig werden. Ja, okay. Also es geht darum, dass du Rückschritte nochmal machen wirst in der kommenden Woche, ja. Irgendwas wird sich nicht so realisieren, nicht so umsetzen, wie du das gewollt hast, ja. Obwohl du hier viel Zeit und Mühe investiert hast, wird das hier schwierig, ja. Und es wird sich nach Rückschritt anfühlen, ja. Gleichzeitig soll dir dieses Gefühl von Rückschritt zeigen, dass du dir nochmal die Dinge genau anschaust, ja. Um neue Wege zu finden, um dieses Hindernis herum, ja. Um, dass du dann dort ankommst, wo du hin willst. Nämlich in deinem goldenen Palast, ja. Ja, der hoch erhoben, hier auf diesem Berg thront, ja. Aber es ist eben auch ein Weg, der nicht leicht zugänglich ist. Also du musst hier nochmal Hindernisse durchqueren, überqueren. Und das wird sich nach Rückschritt anfühlen, ja. Das ist aber in dem Moment, also in dem Moment, wo du das Gefühl hast, irgendwie es läuft in der Liebe nicht so, wie du es gerne hättest, ja. Ist das hier die Aufforderung, um im Endeffekt hier nochmal genauer hinzuschauen. Und dann wirst du hier auch erkennen, was du tun kannst, um dass du dorthin kommst, ja. Ja, wahrscheinlich bei dir eher um den Donnerstag gedreht. Ich nehme den Vollmond hier sehr, sehr stark wahr, ja. Also, ähm. Genau. So. Für die Liebe wollten wir auch noch eine Karte. Liebe Geistige Welt für die lieben Fische. Eine Engel der Liebe Karte. Bitte eine Engel der Liebe Karte. Für die kommende Woche. Eine Engel der Liebe Karte. Für die kommende Woche. Ja. Versuch hier mit Leichtigkeit, Versuch hier mit Leichtigkeit dieser Situation irgendwie entgegen zu gehen, ja. Also, wenn das sich schwierig, kompliziert anfühlt, ähm, versuche, quasi dich nicht reinzusteigern, sondern, ähm, gehe aus der Situation raus und versuche sie auf einem anderen Weg nochmal, ähm, zu, zu meistern, ja. Ja, also, wenn du hier siehst, okay, du kommst um diesen Berg nicht drum herum, ja, dann gehst du eben mitten durch, zum Beispiel, ja. Ja, also, eben in Bezug auf die Liebe, das wird bei jedem bei euch was anderes sein, das können hier Kommunikationsschwierigkeiten sein, zum Beispiel, das kann hier auch einfach, ähm, zu wenig Zeit sein, die man miteinander verbringt, ja. Ähm, ähm, ja, irgendwas, wo du das Gefühl hast, du machst Rückschritte anstatt Schritte nach vorne, ja, und jetzt ist gerade die Kerze ausgegangen, machen wir natürlich eine neue an, geht natürlich nicht. So, also, ähm, ja, geh nicht verbissen an diese Situation, sondern versuche das quasi mit Leichtigkeit zu lösen. Ja, ja, gut, wir gucken mal noch, ob uns die Lennomor-Karten hier nochmal zusätzliche Informationen geben. Liebe geistige Welt, für die kommende Woche, für die lieben Fische, hätte ich gern drei Karten. Drei Karten, bitte. Seht ihr, was da liegt? Ja, ja, und Leichtigkeit, flirten, treffen, Leichtigkeit, ja. Ja, also, ähm, Wahnsinn, ich bin immer wieder erstaunt, wie toll auch andere Decks, gerade diese Orakel-Karten mit einem reden können. Wenn du nicht vorankommst, ja, mit, ähm, mit dem Außen, mit den Menschen, mit der Kommunikation, ja, mit der Herzöffnung. Also, wir gucken ja auf die Liebe, ja, also, wenn du das Gefühl hast, du machst hier eben, du gehst nicht voran, sondern du machst Rückschritte, ja. Der Park ist hier ja auch auf den Kopf gefallen, also, dass du eben nicht raus kannst, sondern drinbleiben musst, ja, oder dass dich jemand verschlossen hat und dann nicht zugänglich ist. Dieses Hindernis soll dir hier nochmal zeigen, dass du auf diese kleinen Details achtest, ja, und dir selbst auch treu bist. Also, sei dir hier treu und dann kommst du hier, ich sag mal, in deinem goldenen Palast an, ja, und ganz klar mit Leichtigkeit, ja, das, also, ist, guck, was dir hier gut tut und was nicht und alles, was schwer und anstrengend ist und irgendwie das Gefühl, wo du das Gefühl hast, du machst Rückschritte, genau anschauen, ja, das ist nicht umsonst in dieser Woche. Oh, ich finde das so toll, Wahnsinn. Gut, wir gucken für deinen Gegenüber, mein lieber Fisch, ja, für deinen Herzmenschen, auch hier mit diesen Orakelkarten, was hier bei ihm los ist, ja, wir nehmen auch natürlich die Engel der Liebe Karten mit dazu und schauen, was die hier noch als Tipp mit dazugeben. Mit dem Manara Tarot schaue ich, ähm, seine Gedanken, seine Gefühle, ja, einfach was hier so sein Thema ist und mit dem Sexual Magic Tarot schaue ich auch hier nochmal nach der Partnerschaft, ja, wie sich das partnerschaftlich zwischen euch entwickelt, ähm, genau. Die Erweiterung des Videos zu deinem Herzenmensch, zu deinem Herzmensch findest du unterhalb des Videos in der Infobox und, ähm, ich hatte es vorher, glaube ich, schon gesagt, äh, die Halbjahreslegung eben für die nächsten sechs Monate ist auch schon online für dich, lieber Fisch. Also, gerne guckt auch dort hinein. Ich freue mich auf eure Kommentare, ich bin gespannt, was ihr berichtet über diese Woche, ja, also, ähm, ja, ich bin Wahnsinn. Ich bin gespannt, was hier kommt, das ist energetisch sehr, sehr spannend, genau. Habt eine schöne Zeit, meine Lieben. Bis dahin, tschüss.